Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zur 106. Episode von Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir meine wunderbare Ehefrau, die Hoaxmistress Alexa. Hallo alle zusammen. Und ich bin der Hoaxmaster Alexander. Wir haben heute ein sehr ernstes Thema, was mich doch in der Recherche diese Woche sehr beschäftigt hat. Und wie es jetzt üblich ist, machen wir zunächst mal schnell weiter in der Sendung, um uns dann auf dieses doch sehr vielschichtige Thema zu stürzen. Die Story der Woche Ja, auch die Story der Woche ist diese Woche ein bisschen ernster als vielleicht gewohnt. Wir begeben uns in die USA, in ein Land, das ja noch nach wie vor die Todesstrafe praktiziert. Es ist allerdings so, wenn beim Exekutionsversuch etwas schief geht, Das heißt, wenn der Delinquent, der hingerichtet werden soll, die Hinrichtung überlebt, beziehungsweise den ersten Versuch der Hinrichtung überlebt, aus welchen Gründen auch immer, dann kann er nicht noch einmal für dieses Verbrechen hingerichtet werden. Das heißt, er ist danach frei. Und zumindest das ist ja, naja, vielleicht für die Allerwenigsten, aber vielleicht doch unter Umständen dann ein Weg, um diese Strafe zu umgehen. Keine schöne Geschichte. Nee, keine schöne Geschichte. Wollen wir mal gucken, ob sie wahr ist. Das Thema der Woche wird auch nicht viel schöner. Und da müssen wir jetzt aber durch. Da habe ich mir schon seit mehreren Jahren drum herum gedrückt. Und wir werden das heute behandeln und machen jetzt erstmal weiter in der Sendung. Thema der Woche In der heutigen Folge soll es um apotropäische Handlungen sich handeln. Und das sagt euch da draußen erstmal nichts. Wenn ich euch aber sage, dass es bei apotropäischen Handlungen um Handlungen handelt, die Dämonen im weiteren Sinne austreiben sollen, dann sind wir ganz schnell bei dem, um was es heute gehen soll. Das sind genau abwehrende Handlungen im weitesten Sinne. Genau. Und wir kennen das eher in unserem Kulturkreis unter dem Begriff des Exorzismus. Das Thema Besessenheit muss man in diesem Zusammenhang auch ansprechen. Wir haben uns aber aus der Fülle der Quellen dazu entschieden, in der Hauptsache uns den Exorzismus im christlich-religiösen Kontext anzugucken. Also wenn man gerade sich Besessenheit anschaut, müsste man natürlich auch auf die Voodoo-Religion nochmal eingehen, wo das ja auch eine ganz große Rolle spielt, in einem völlig anderen Kontext als in der katholischen und evangelischen Kirche. Das können wir aber aufgrund der Kürze der Zeit nicht machen, nur um das klarzustellen. Wir haben uns also wirklich einen Themenbereich herausgegriffen. Wir wollen ein bisschen in die Geschichte eingehen. Da gehen wir ein bisschen über das Christentum noch hinaus. Wer sich interessiert für Voodoo, da haben wir ja eine eigene Folge drüber gemacht. Und da wird ja auch klar, dass eben bei gewissen Ritualen Menschen dann in Menschen Geister oder Dämonen einfahren. Das haben wir ja in der entsprechenden Folge geschildert. Der Exorzismus ist sehr, sehr alt. Das lässt sich festhalten. Er hat ägyptische Wurzeln. Darauf werde ich gleich ganz kurz eingehen. Und er ist aber uns heute eher meistens durch den Film Der Exorzist bekannt, der so Anfang der 70er Jahre erschienen ist. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass der Exorzismus in der katholischen Kirche eine Art Aufwind, so möchte ich das mal formulieren, durch diesen Film erfahren hat. Und auch das ist etwas, das uns oder zumindest mich gewundert hat, bevor wir angefangen haben, uns mit dem Thema noch intensiver auseinanderzusetzen als bisher und wirklich konkret zu recherchieren. Da war ich schon der Meinung, dass die katholische Kirche das vielleicht nicht unbedingt negiert, wenn direkt danach gefragt, aber schon so ein bisschen so unter den Teppich kehrt, so unterm Ladentisch durchführt. Dass sie aber im Gegenteil so offensiv damit umgeht und das auch noch anpreist und wirklich im 21. Jahrhundert noch als super duper toll hinstellt, hat mich wirklich betroffen gemacht. Also es gibt offiziell in Deutschland, warum werden wir nachher in der Folge sicherlich beleuchten, keine großen Exorzismen mehr. Das ist aber eine offizielle Version. Es gibt allerdings in vielen anderen europäischen Ländern und auch gerade noch im Bereich von Osteuropa häufig Exorzismen, sehr, sehr häufig Exorzismen. Und das ist also jetzt kein Thema, was man so von der Hand wischen kann. Und wir müssen an der Stelle auch nochmal sagen, also all diejenigen, die sagen, ja, die sind halt irre und dann werden die da kirchlich ein bisschen bearbeitet. So einfach ist es nicht. Aber lasst uns mal auf die Geschichte des Exorzismus eingehen. Was sich, glaube ich, gut zusammenfassen lässt, ist zunächst mal das Phänomen der Epilepsie, was sicherlich im Rahmen von Exorzismussen eine ganz wichtige Rolle spielt. Epilepsie ist, wenn man es ja mal betrachtet, auch ein Ereignis. Wenn man überhaupt keine Ahnung von Medizin hat oder von der Funktionsweise des Gehirns, dann sieht man jemanden, der im Zweifelsfall umkippt, der völlig die Kontrolle über seinen Körper verliert. Der Schaum vorm Mund hat. Der Schaum vorm Mund hat, der unter Umständen Laute und Geräusche von sich gibt, die er sonst nicht von sich geben würde. Man könnte vielleicht sogar den Anschein haben, er spricht in fremden Sprachen. Es gibt epilepsische Anfälle, die so aussehen, als ob derjenige sich selber schlagen würde, weil die Arme unkontrolliert durch die Gegend gehen. Und wenn man also wirklich in grauester Vorzeit einen Epilepsiekranken sah, dann zog man den Schluss für sich. In den ist irgendetwas eingefahren, was jetzt diesen Menschen kontrolliert und etwas mit ihm macht, was er gar nicht will. Übrigens der Tollwut nicht unbedingt unähnlich in der äußeren Symptomatik. Und auch da ist es ja so, dass das Tier, das tollwütig ist, kein normales Verhalten mehr zeigt, sondern ein aggressives, gefährliches Verhalten. Und dann den Schluss zu ziehen, dass der Mensch, der in einem Anfall steckt, eben unter Umständen auch gefährlich sein könnte, dass irgendwas Gefahrvolles damit verknüpft ist, ist dann nicht weit. Bei Epilepsie eben das Besondere, dass diese Anfälle ja immer wieder dann auch auftreten. Das heißt also immer wieder fährt in diesen Menschen etwas ein. Wobei in vielen ganz alten Schilderungen das gar nicht mal so unbedingt negativ gesehen worden ist, sondern diese Menschen wurden als Gotteskinder oder sonstige Dinge sogar in Teilen verehrt, weil sie so wichtig waren, dass die Götter oder die Geister in sie eingefahren sind und sie eben etwas Besonderes waren. Aber eben ganz ungewöhnlich. Man konnte sich keine Erklärung dafür geben. Das sind nämlich auch teilweise zumindest Visionen oder visionsartige oder hallucinogene Dinge damit verknüpft, dass man dann also sagt irgendwie, ich habe das Gefühl, habe ich mal gehört von einer Ärztin, irgendwie der Raum steht in Flammen oder wie auch immer. Das kann gut sein, dass das häufiger mal auftritt. Das Entscheidende bei den epilepsischen Anfällen neben solchen Ereignissen, die in der Regel vor Anfällen auftreten können, ist auch die Tatsache, dass derjenige, der den epilepsischen Anfall hatte, sprich der in der Sekunde besessen war oder von etwas anderem okkupiert wurde, keinerlei Erinnerung an die Zeit hat. Und das ist auch nochmal so ein Zeichen dafür, dass der Geist, die Seele gerade nicht im Körper vorhanden war. Sozusagen der erste dokumentierte Exorzismus überraschenderweise stammt aus dem alten Ägypten und zwar auf der sogenannten Bantrisch-Stele. Das ist eben eine Stele, kennt man ja, so diese Holz, Holz sage ich schon, diese Steinplatten, die so ein bisschen abgerundet sind. Die Litfaß-Räule des alten Ägypten. Ja, genau. Und diese Bantrisch-Stele ist 1828 im Karnak-Tempel gefunden worden. Und man hat auf der Bantrisch-Stele zunächst mal sich sehr viel Mühe gegeben, sie Ramses II. zuzuordnen in der Epoche, also auch auf der Stele, weil der natürlich bekannt war. Aber eigentlich ist sie wahrscheinlich deutlich später entstanden. Also Ramses II. war so im 1279 bis 1213 vor Christi Geburt. Und man geht aber eher davon aus, dass es so im Zeitraum von 664 bis 30 vor Christi entstanden ist, diese Stele. Und diese Stele beschreibt die Geschichte, wie es häufig der Fall war, von einer Verheiratung, dass also eine Tochter des Königs von Ägypten an den König von Bechten gegeben wird, der sich auch in sie verliebt. Und dann zieht sie zu ihm. Und kurz darauf wird aber die Schwester dieser nun Königin von Bechten krank. Und der König von Bechten fragt den ägyptischen König um Hilfe und Rat. Und dieser schickt ihm zunächst mal seinen Königenschreiber, der den Namen Jehudi Meheb, ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen, der auch als Arzt tätig ist nach Bechten. Und der kommt mit der Diagnose zurück, dass Bentresch, also die Schwester, von einem Dämon befallen worden ist. Und nach dieser Diagnose sagt der König von Bechten, na gut, dann entsendet mir doch bitte ein Götterbild, was mir hilft, das bei meiner Schwägerin sozusagen diesen Dämon auszutreiben. Zur Hilfe wird eine Götterstatue von Chons in Theben Neferhotep geschickt. Auch da hoffe ich, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Und dieser beginnt, mit dieser Götterstatue kann also der Arzt einen Schutzzauber durchführen und einen Exorzismus durchführen. Und der Dämon, der dann im Bentresch inne gewohnt hat, spricht nun zu dem Kons, dem Gott außer ich suche den Namen nochmal, Kons in Theben Neferhotep, folgende Worte. Willkommen, du gewaltiger Gott, der die Krankheitsdämonen austreibt. Bechten ist deine Stadt, seine Einwohner sind deine Untergebenen und auch ich bin dein Diener. Ich werde dort hin zurückkehren, woher ich gekommen bin, um zu gewährleisten, dass du zufrieden bist, denn schließlich bist du ja deswegen gekommen. Deine Hoheit möge Anordnung treffen, um dir mit mir und mit dem König von Bechten einen angenehmen Tag zu machen. Der, wie er übersetzt heißt, Konz, der Plänemacher aus Theben fordert nun den König von Bechten auf dem Dämonreich zu beschenken, weil der kooperativ war und bereit war zu verlasten. Und damit reißt dann der Dämon, der König von Bechten möchte den Gott oder die Götterstatue ihn hinter Gott in der Wohnung gar nicht loslassen und hält ihn viele Jahre fest und später kriegt der König von Bechten einen Albtraum und der sagt ihm dann, naja, vielleicht solltest du den Gott zurück nach Ägypten kehren lassen. Also dies ist so zu sagen, in vielen Augen von vielen Historikern die erste Darstellung eines Exorzismus und das klingt alles relativ friedlich und man war sich einig und der Gott war wichtiger als der Dämon. Ja und es geht um Krankheit, es geht um Krankheitsgeister. Genau. Der Kontext ist ein ganz kleines bisschen ein anderer, als wir ihn dann später im Christentum erleben, weil, ja, also so die Personifizierung von Krankheiten, die man dann entsprechend als Geist oder Dämon darstellt und dann so auch austreiben kann, ist ja in vielen Naturreligionen verankert, ist aber dann doch eher eine, ja, medizinisch-religiöse Hilfeleistung und weniger, ja, ein Vorgehen gegen etwas, das man vielleicht als nicht religionskonform bezeichnen will, als wirklich zu sagen, irgendwie, in der Person steckt der Teufel und verleitet sie dadurch, nicht sozialkonform sich zu verhalten, schlimme Dinge zu tun und der Teufel muss jetzt irgendwie ausgetrieben werden. Genau, da sind wir wieder im christlichen Kontext, also ich will aber nochmal einen Schritt wieder zurückkehren und zwar gibt es noch eine sehr schöne Schilderung, bevor wir uns dann letztendlich tatsächlich dem Christentum und dem Teufel auch nähern, also von der ägyptischen Antike gehen wir jetzt in die griechische Antike und kommen da auf die Person Apollonius von Tiana und das ist eine Person, die eigentlich sogar eine eigene Huxilla-Folge wert wäre, insofern gehen wir da noch kurz drauf an, soll um 40 nach Christi geboren sein, um 120 nach Christi gestorben sein und kommt aus der Stadt Tiana in Kappadokien und war ein Philosoph in der Lehre des Pythagoras und was ihn ganz besonders macht, ist, dass der Apollonius außersinnliche Wahrnehmung gehabt haben soll. Das bedeutet, dass also er hell sehen konnte, er war, er hat einen einen Mord vorhergesehen an einem König und verschiedene andere Dinge und was er auch getan hat, war, dass er ja durch die Lande gezogen ist und auch Menschen geheilt hat und auch ja Dämonen, die Menschen besessen haben, ja geheilt hat. Was das Besondere an dem Apollonius ist, ist, dass er so von der Erzählweise und von den Geschichten und den Dingen, die er getan hat, also wie gesagt, da werden wir nochmal ausführlich drauf eingehen, so als Parallelentwurf zu Jesus Christus auch zu sehen ist. Es gibt tatsächlich einige Forscher, die wenigen Quellen, die es tatsächlich, die realen Quellen, die es zu Apollonius gibt, dahingehend deuten, dass vielleicht die Geschichte von Jesus Christus eher auf Apollonius von Tiana zurückgeht und und das sozusagen einmal die Geschichte von Apollonius beschrieben ist und einmal die Geschichte von Jesus Christus in den Evangelien, aber grundsätzlich wahrscheinlich es sich sogar um die gleiche Person handeln könnte. Solche heiligen Geschichten zu vermischen übrigens oder zumindest die heiligen Geschichten mit anderen Dingen anzureichern, ist durchaus nicht ungewöhnlich. Das trifft man auch später in der Geschichte der katholischen Kirche natürlich immer wieder. Nach diesen historischen Beispielen aus der Frühzeit kommen wir dann jetzt in die christliche Lehre rein und beschäftigen uns da mit den Dingen, die Alexa ja schon angedeutet hat, nämlich der Teufelsaustreibung und dem Exorzismus, mit dem wir uns dann sozusagen in der heutigen Neuzeit beschäftigen. Bevor wir das machen, vielleicht noch vorausgeschickt, man denkt ja heute, dass das so eine absolute Spezialität der katholischen Kirche ist und in der Tat ist es so, unsere Tage ziehen jetzt keine evangelischen Exorzisten durch die Lande, zumindest hier in Deutschland nicht. Es ist aber durchaus so, dass die Reformation, dass quasi Luthers Lehren den Geisterglauben und den Dämonenglauben nicht verdammen und da also nicht das Licht der Aufklärung sind, dass man so gemeinhin immer annimmt, sondern auch der Geisterglaube und Dämonenglaube ist dort stark verankert, nur dass eben wenn ein Exorzismus durchgeführt wird, nicht unbedingt Reliquien und heilige Messen zum Einsatz kommen, sondern eher die zurückgenommene Fassung, also Bibel, Worte und Gebete da eine größere Rolle spielen. Also es wird sich eben nicht so sehr auf diese Bellbook und Candle Religion berufen des Katholizismus, sondern eben die Messen und Gebete oder beziehungsweise die Gebete und die Bibeltexte stehen im Mittelpunkt. Beschreib noch gerade mal, was Bellbook und Bellcandle ist für all diejenigen, die diesen Ausdruck nicht kennen. Ja, das ist ein englischer Ausdruck für eine Religion, die verquickt ist mit Aberglauben. Also wenn du halt irgendwie Hilfsmittel brauchst, so quasi magische Riten noch durchführst, das ist natürlich, das passt natürlich nicht in das Religionsbild, das Luther entworfen hat. Genau. Was es gibt in der katholischen Kirche insbesondere ist eben, ich habe jetzt die Jahressaal im Kopf 1694, glaube ich, so ein Handbuch, eine Anleitung für den großen Exorzismus, in dem relativ genau beschrieben steht, was zu tun ist. Das ist der Exorzismus von Leo dem 13. Jahrzehnten, das ist derjenige, der das geschrieben hat und da gibt es einen Bandspruch, den wir jetzt auf Lateinisch lesen könnten, da hätten wir aber alle nicht so viel von, aber es gibt halt verschiedene oder es gibt auch deutsche Übersetzungen darüber und wir könnten ja mal einen Bandspruch des Exorzismus mal verlesen, ganz häufig genannt, wird der Psalm 67 und 68, der zitiert wird immer wieder und vielleicht lesen wir den einfach mal vor. 1614 war es übrigens. 1614, oh ja, dann habe ich ein paar Jahre noch drauf gelegt. Gut, dass du es nochmal korrigierst. Ja, also in dem Psalm ist es so, dass es am Ende eine Zwiesprache dann auch gibt, zwischen dem Geistlichen und dem jenigen, der exorziert werden soll und der Psalm, ich lese den jetzt einfach mal vor, geht, Gott erhebt sich, da zerstieben seine Feinde, seine Gegner fliehen vor ihm, wie flüchtiger Rauch verweht, wie Wachs vor dem Feuer zerfließt, so vergehen die Fräfler vor Gottes Antlitz. Und jetzt dann eben, seht das Kreuz des Herrn, flieht ihr feindlichen Mächte. Gesiegt hat der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross Davids. Deine Barmherzigkeit sei über uns her, je nachdem wir auf dich gehofft haben. Und wir können vielleicht auch noch ganz kurz in den Exorzismus, in den Bandspruch mal hineinlesen. Im Namen und in Kraft unseres Herrn Jesu Christi beschwören wir dich. Jeglicher unreine Geist, jegliche sastanische Macht, jegliche feindliche Sturmschar der Hölle, jegliche teuflische Legion, Horde und Bande, ihr werdet ausgerissen und hinausgetrieben aus der Kirche Gottes, von den Seelen, die nach Gottes Ebenbild erschaffen und das kostbare Blut des göttlichen Dammes erlöst wurden. Wage es nicht länger, hinterlistige Schlange, das Menschengeschlecht zu täuschen, die Kirche Gottes zu verfolgen und die Auserwählten Gottes zu schütteln und sie zu sieben wie den Weizen. Dir gebietet Gott der Allerhöchste, dem du in deinem großen Hochmut noch immer gleichgestellt sein willst. Er, der will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Dir gebietet Gott Vater, dir gebietet Gott Sohn, dir gebietet Gott der Heilige Geist. Dir gebietet Christus das ewige Wort Gottes, das Fleisch geworden ist. Er, der zur Rettung des wegen deines Neides verloren geschlechtes, sich selbst erniedrigt hat, gehorsam bis zum Tod, der seine Kirche auf festem Fels gebaut und ihr verheißen hat, dass die Pforten der Hülle sie nie überwältigen werden, weil er selbst bei ihr bleiben alle Tage bis ans Ende der Welt. Naja, ihr seht, wohin das geht, ich könnte jetzt noch weitermachen. Lies sich ein bisschen anders als der altägyptische Text, ne? Da ist es schon deutlich geringer oder deutlich stärker auch ausgeprägt. Das klingt nach Krieg. Also zwei Dinge fallen da auf. Erstmal ist das hochgradig aggressiv, der ganze Text. Ich hab's jetzt natürlich auch dementsprechend gelesen, aber... Das musst du gar nicht. Der Text ist hochgradig aggressiv, ob man den nun flüstert oder schreit, das ist vollkommen Wumpe. Und dann sind wir natürlich meilenweit weg von irgendwelchen Vorstellungen, da einem Kranken helfen zu wollen. Da wird schlicht und ergreifend ein Feind der Kirche gewaltsam irgendwie vertrieben. Er wird attackiert. Also man muss sich jetzt ja vorstellen, dass das also jetzt Priester machen, die über einem Besessenen, also über jemanden, der vom Teufel besessen ist, ja, oder vor ihm stehen, sitzen, wie auch immer. Und so auf diesen Personen einreden. Das ist ja auch schon mal eine sehr intensive Situation. Der Bandspruch ist noch deutlich länger. Also wenn der vor allem runtergebetet wird und das ist schon mal heftig. Vielleicht sollten wir, bevor wir weitermachen, noch mal ganz kurz erwähnen, was sind überhaupt die Zeichen von Besessenheit? Also in den Augen der katholischen Kirche. Genau. Das ist jetzt nicht eine objektive Zusammenfassung, irgendein Symptomkatalog, den wir jetzt zitieren, sondern das ist das, was die katholische Kirche sagt. Also wenn ein Mensch in fremden Zungen spricht, also in einer Sprache, die er eigentlich nicht können sollte, ist das Zeichen Nummer eins. Wenn er übermenschliche Kräfte entwickelt, ist das Zeichen Nummer zwei. Und wenn er dann noch Wissen preisgibt, das er eigentlich nicht haben kann, also eine Art Geheimwissen von sich gibt, dann ist das das dritte Zeichen und man spricht von Besessenheit. Und da sieht man also schon, was für ein Gefahrenpotenzial alleine in diesen drei Anzeichen steckt. Also wenn jemand voller Adrenalin ist, kann ich mir auch schon mal durchaus vorstellen, dass der Kräfte entwickelt, die man vielleicht in der ganzen Aufregung einem Menschen sonst nicht zutrauen würde. Kann missverstanden werden. Dann in fremden Zungen zu reden. Es gibt da ein Phänomen, das wollten wir auch noch mal im Rahmen einer Folge besprechen. Also wenn Leute tatsächlich irgendwie mal aus dem Koma erwachen und dann auf einmal eine Sprache sprechen, die sie vorher nicht konnten, ist eine ganz interessante Geschichte, also ist was, mit dem man sich mal beschäftigen kann. Ist aber nicht so, also da muss man auch sehr, sehr, sehr genau hingucken. Das wird ganz häufig auch falsch dargestellt. Das ist ja auch das Problem. Oder man stelle sich eine Situation vor, irgendein armer Mensch macht nun irgendwie den Eindruck, besessen zu sein, entspricht eine Sprache, die die Familie vielleicht nicht versteht. Das kann auch einfach sein, dass der unverständliche Worte flüstert, schreit oder was auch immer und die Leute denken dann halt, oh, der spricht eine andere Sprache auf einmal. Also auch das ist wirklich mit absoluter Vorsicht zu genießen. Und ich finde, auf dieser Basis ein solches Ritual anwenden zu wollen, ist wirklich hochgradig risikoreich. Ja. Was das Kirchenrecht angeht, bis es überhaupt zu einem großen Exorzismus kommen kann, da sind ja dann doch so ein, zwei Hürden noch, zumindest unserer Tage. Man hat ja das ganze 1999 auch nochmal revidiert, das ganze Handbuch. Es ist aber tatsächlich so, dass ein amtlicher Exorzismus dann durchgeführt werden kann, wenn in Absprache mit Psychiatern ausgeschlossen werden kann. Ich weiß, das klingt zynisch, dass es sich um eine Geisteskrankheit handelt. Es muss also bezeugt und belegt sein, dass es sich um wahre Besessenheit handelt. Und dann muss der Bischof oder der Erzbischof eben sein Okay geben und dann kann der amtlich bestellte Exorzist tätig werden. Und ich muss ganz einfach sagen, das ist eine Unterscheidung zwischen Geisteskrankheiten und etwas, das es nicht gibt. Muss man einfach mal klar sagen. Es gibt im ICD-10, das ist ein diagnostisches Manual, in dem alle Krankheiten, die man so diagnostizieren kann, versucht werden zusammenzufassen. Da gibt es also die normale Erkältung, den grippalen Infekt und natürlich auch einen großen Bereich, der sich mit psychischen Erkrankungen beschäftigt. Und da fällt dann am Ende immer so ein Zahlencode raus und das ist dann das, was der Arzt in der Regel auf die Patientenakte schreibt, um dann mit der Krankenkasse abzurechnen und dann gibt es den sogenannten Diagnosecode. Es gibt im ICD-10 einen Punkt bei psychischen Erkrankungen, der sich Besessenheit nennt. Das gibt es in der Tat. Das ist aber eher eben etwas, was das, was man so im Volksmund unter Besessenheit versteht, in diagnostische Kriterien gießt und dann sozusagen eben so eine Art Verfolgungswahn, Stimmen hören und ungewöhnliches Verhalten. Da habe ich die Diagnose-Kriterien jetzt gerade nicht zur Hand. Aber es gibt also, da steht nicht drin, jemand ist vom Demand besessen, dann ist das ICD-10-Code 108315, sondern es ist eben so, dass gewisse Kriterien erfüllt sein müssen, um die Diagnose-Besessenheit zu stellen. Es ist sehr häufig tatsächlich so, dass es schizophrene Erkrankungen sind, so vermutet man heute, die dazu geführt haben, dass die Leute als besessen gegolten haben. Die Epilepsie habe ich schon geschildert. Kannst du vielleicht nochmal deutlich machen, also Unterschied zwischen Schizophrenen-Erkrankungen und einer Psychose? Kann ich noch ein paar Sachen dazu sagen. Also es ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Spannungsfeld und die beiden Begriffe Psychose und Schizophrenie werden auch ganz oft zusammen verwendet, was nicht ganz richtig ist. Also bei einer Psychose spricht man von einer schweren psychischen Störung, die mit zeitweiligem und weitgehendem Verlust des Realitätsbezuges einhergeht. Also tatsächlich verliert man den Kontext zur Realität. Die schizophrenische Störung ist ein bisschen was anderes. Die Psychose als Überbegriff umfasst auch die organischen und die affektiven Psychosen. Also die Schizophrenie ist eine chronische Form der psychotischen Störung. Also eine Psychose ist sozusagen wie so ein einmaliges Ereignis, wo du die Realität verlierst. Die Schizophrenie ist es dann, wenn das häufiger passiert. Das ist so ein bisschen wie eine depressive Phase und die Depression, so kann man sich das vielleicht vorstellen. Also wenn man eine Beziehung beendet, dann hat man eine depressive Phase, die ist dann vorbei. Die Erkrankungsdepression ist dann, wenn diese depressiven Phasen auch ohne Auslöser wiederkommen und genau in der Schwere wiederkommen, dann wäre das so. Gemein ist eben der Verlust von Realität, was zu paranoiden Störungen führen kann. Man fühlt sich verfolgt und immer, was eben ganz, ganz schwierig ist, wenn das auftritt, sind eben Halluzinationen, wenn man also Dinge sieht oder hört, die nicht da sind. Und das ist dann tatsächlich so, dass Menschen häufig, das ist bei psychischen Erkrankungen, die so schwer sind wie Psychosen oder eine Schizophrenie Ersteuerung, da liegen andere Krankheiten, sind damit gemischt. Das nennt man dann Komorbide. Das heißt also, dass jemand nicht nur unbedingt an einer Schizophrenie und das nur bitte auch wirklich richtig verstehen leidet, sondern unter Umständen dann noch eine Essstörung hat oder eine Depression. Und ich wollte gerade sagen, das spielt sicherlich auch noch eine wichtige Rolle. Ich habe in der Vorbereitung einen Bericht gesehen über einen italienischen Exorzisten, der einer jungen Familie helfen wollte, indem er den Vater exorziert hat. Übrigens in Anwesenheit des zwei-, dreijährigen Kindes, was ich einfach nur erschreckend finde. Kamera durfte natürlich nicht dabei sein, aber so die Schilderungen der Frau deuteten ganz, ganz eindeutig auf eine depressive Verstimmung hin. Und sie sagte das so, der Teufel will nicht, dass mein Mann Freude im Leben hat. Mein Mann ist jetzt schon seit Wochen völlig lebensunlustig. Er hat an nichts mehr Freude, selbst die Schuhe, die er sich gewünscht hat und die er dann bekommen hat, da konnte er sich dann nicht mehr drüber freuen. Und das macht alles der Teufel. Der Teufel möchte unser Leben zerstören und möchte nicht, dass mein Mann sein Leben genießen kann. Ja, und dann ging sie halt rein, Sprechstunde, Priester, zack. Und man hat dann hinterher noch gezeigt, die Frau war relativ erleichtert, als sie wieder rauskam. Der Mann wollte kein Interview geben. Der wollte da also nicht drüber sprechen. Ja, und dann zog die Familie wieder ab bis zum nächsten Mal. Denn auch das ist ja ein Phänomen. So ein Exorzismus findet unter Umständen nicht nur einmal statt, sondern immer wieder. Und da kommen wir dann hinterher, wenn wir einen konkreten Fall noch mal näher besprechen, auch noch mal drauf. Das kann dann im Abstand von, ich weiß nicht, ein, zwei, drei Wochen oder so dann halt auch immer wieder durchgeführt werden. Ja, also was wir da mitnehmen ist eben, dass nicht nur, das ist mir ganz wichtig zu sagen, aber sehr häufig eben auch gerade in den vergangenen Jahren, wo die Psychotherapie und auch die psychiatrische Diagnostik noch nicht so gut war, viele Leute als besessen gegolten haben, die heute ganz klar eine psychopathologische Störung hatten, die eine Schizophrenie hatten, die depressiv waren. Bei einigen Depressionsformen kann es zum Beispiel auch zu Halluzinationen kommen. Also das ist so nicht ungewöhnlich, dass Menschen dann Wahrnehmungen haben. Und je nachdem, wie dann natürlich der kulturelle Kontext auch ist, ist es dann eben der Teufel, der dann Besitz von jemandem ergriffen hat. Könnten aber auch, wie wir so schön sagten, irgendwie die Aliens sein, wenn du halt wirklich im atheistischen Kontext unterwegs bist. Ja, also das ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, eine andere Umdeutung wäre, und das gibt es durchaus auch in anderen oder gerade in der Moderne, sage ich mal, in unserer Zeit, dass man sagt, die Aliens haben mich entführt. Also mir geht es schlecht und ich habe Visionen, weil mich die Aliens entführt haben. Das ist im Prinzip so ein bisschen das Gleiche wie die Besessenheit. Und auch wenn wir uns jetzt unbeliebt machen, natürlich haben wir nicht die einzelnen Fälle diagnostiziert, das ist klar, sondern wir reden hier natürlich von Mustern, die wir haben. Ich bin ja auch in der letzten Folge sehr kritisiert worden, weil ich so etwas salopp gesagt habe, da werden Menschen mit einer gewissen psychischen Störung medikiert oder auch eingesperrt, habe mich dann verbessert und gesagt stationär behandelt. Es gibt, und da kommen wir da gleich auch noch auf einen ganz dramatischen Fall, auch Fälle, wo jemand so schwer krank ist, dass man ihnen unter Umständen gar nicht helfen kann. Das ist, also vielleicht machen wir das jetzt auch mal den Schwung zu dem Fall. Gleich, ich wollte noch was dazwischen schieben, weil unser Bild vom Exorzismus und von einem Exorzisten natürlich, und man kann keine Sendung darüber machen über das Thema, ohne es nicht zumindest zu erwähnen, geprägt ist vom Roman und dann hinterher auch Film Der Exorzist. Man muss es zumindest mal angesprochen haben, also Der Exorzist ist ein Roman von William Peter Blatty, erschienen 1971, ist 1973 verfilmt worden. Und ich denke, wir alle haben vor Augen, welche Szenen wir meinen, wenn wir jetzt über diesen Film sprechen, das ist natürlich unfassbar reißerisch aufgemacht. Und die Besessenheit wird da natürlich auch schon lange, lange, lange nicht mehr als Krankheit dargestellt, sondern tatsächlich als, ja nicht nur als Fakt, sondern halt auch wirklich als paranormales Phänomen. Also wer seinen Schädel oder seinen Kopf und Hals um fast 360 Grad drehen kann und irgendwie die grüne Kotze im hohen Bogen spuckt oder so, das hat natürlich nichts mehr mit irgendwie einer Geisteskrankheit zu tun, sondern das ist jetzt wirklich paranormal verbrämt, das Ganze. Wobei natürlich ganz klar, um das auch mal zu sagen, jemand, der eine ausgeprägte Ersbrechstörung zum Beispiel hat, um das auch mal deutlich zu machen. Ja, aber nicht Hektoliter. Das ist natürlich, das ist Film, aber da geht es natürlich auch ganz oft in der Beschreibung drin, dass jemand aus ohne ersichtlichen Gründe sich erbrechen kann, ohne irgendwie, das können Bulimiker, wenn die das wollen. Also ein gut trainierter Bulimiker, der das seit Jahren hat, die Störung ist durchaus in der Lage zu erbrechen, ohne sich den Finger in den Hals zu stecken, einfach weil die Muskulatur schon so trainiert ist, dass quasi man mit Bauchmuskulaturkontraktionen sich selber zum Erbrechen bringen kann. Das ist alles ganz dramatisch, aber das sind Dinge, die sind so. Also die Personen, über die wir jetzt im Folgenden sprechen, wenn es auch nur zwei Jahre nach Erscheinen des Films war, werden ihn sicherlich nicht gesehen haben, aber der Film hat natürlich in seiner Bildhaftigkeit uns bis heute geprägt. Also wenn sich dann wirklich der Exorzist wie ein Krieger Gottes dem Bösen entgegenstellt und dann bewaffnet mit der Bibel irgendwie versucht, dem Kreuz, genau, wirklich. Also wirklich mit Baerbock und Kendall, um es nochmal zu wiederholen, sich den Geistern und Dämonen entgegenstellt, dann klar, das ist natürlich irgendwie etwas, das einen Reiz auch hat in irgendeiner Weise, sonst wäre der Film auch nicht so erfolgreich gewesen. Das prägt natürlich. Es mag sogar sein, auch das möchte ich an dieser Stelle gar nicht leugnen, dass in Zeiten, wo nichts geholfen hat, wo man keine Psychopharmaka kannte und man natürlich im Glauben verhaftet war. Es mag sogar sein, dass die Hilfe Gottes, die man durch einen Exorzisten empfangen hat, auch für diejenigen, die erkrankt waren, durchaus hilfreich war. Exorzismus als Placebo-Effekt. Ja, also auch das wollen wir an dieser Stelle nicht ausräumen. Es ist halt immer nur die Frage, das ist einfach was sehr, sehr unspezifisches, etwas in der Intensität, wie er dann dem Menschen begegnen wird, auch sehr radikales, ob es heute dann nicht bessere Methoden und Wege gibt, jemandem zu helfen. Und vor allen Dingen denke ich, dass es doch auch wirklich, gerade wenn jetzt jemand aus dem streng religiösen Kontext erstmal auf so eine Vorstellung trifft, so ist, dass man durch die Aufmerksamkeit, die der Priester einem dann zukommen lässt und durch diese Zwiesprache, die da stattfindet, das Ganze doch nur noch verstärkt wird. Das ist ja auch ein Geben und Nehmen. Also derjenige, der dann angeblich besessen ist, der weiß ja in den meisten Fällen auch so, welche Reaktion von ihm erwartet wird. Es ist eine Umdeutung. Genau, verhält sich dann natürlich auch so suggestiv, dass er genau diese Reaktion bekommt, die er eigentlich erwartet. Das sieht man ganz schön, ich weiß, ich schlage jetzt wieder einen Bogen, aber es gibt so ein paar Videos von so schrecklichen evangelikalen Exorzismen in den USA, wo also der angebliche Priester da also derart suggestiv auf die Leute zugeht und denen quasi die Antworten schon in den Mund legt und dann natürlich genau das zu hören bekommt, was er dann auch braucht, um weiterzumachen. Ja, also ein Fall, der mich zutiefst auch bewegt hat, das muss man nochmal so sagen, ich habe in dieser Woche auch so ein, zwei Tweets dieser Art gemacht, ist der Fall der Anneliese Michel, der sicherlich dem einen oder anderen auch was sagen wird. Anneliese Michel ist am 21. September 1952 geboren worden und verstarb. nicht, also mit 23 Jahren, sie hat das 24 Lebensjahr nicht mehr erreicht, am 1. Juli 1976 und sie starb und das ist jetzt vielleicht etwas überspitzt dargestellt, aber ich sage es mal durchaus so, unter Umständen an den Folgen eines Exorzismus oder vom wiederholten Exorzismen. Die Todesursache war unter Ernährung und Dehydratation formal gesehen, aber diesen Fall möchte ich gerne hier nochmal aufrollen. Es gibt im Internet, das wissen wir, zahllose Audiodokumente. Also das werden wir jetzt garantiert nicht machen, dass wir sowas einspielen. Genau, das möchten wir nicht einspielen, weil das sicherlich sehr effekteisch wäre. Was diesen Fall so auszeichnet, ist eben der Tod der angeblich besessenen Anneliese Michel und die Tatsache, dass das der offiziell letzte große Exorzismus, der auf deutschem Boden durchgeführt worden ist, gewesen ist. Das und die Tatsache, dass er also so offensichtlich von diesen Exorzisten, von diesen Priestern missbraucht worden ist für ihre Zwecke, dass es wirklich schon dem Fass den Boden ausschlägt. Also selbst vor dem Hintergrund aller Religionskritik ist das nochmal irgendwie eine Ebene, die einen wirklich besonders wütend macht. Ja, also Anneliese Michel ist in einem kleinen Dorf aufgewachsen, in Klingenberg. Es ist so, dass sie intelligent war, so wird sie beschrieben. Sie hat fröhlich, ja gut, das ist aber alles immer so ein fröhliches Kind, da will ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen. Sie wollte Religionslehrerin werden, hatte sich also auch an der Pädagogischen Hochschule in Würzburg eingeschrieben, 1973 und studierte also auf Lehramt sozusagen. Sie hatte oder bei ihr trat dann, also ab den 60er Jahren, 68, Krampfanfälle auf. Es wurde also eine Epilepsie mit Anfallen vom Typ Grommal diagnostiziert. Das ist eine sehr starke Form von epileptischen Anfällen, wo dann das Gehirn tatsächlich maximal krampft. Wer mal Hirnströme von jemandem gesehen hat, der einen Grommalanfall hat, die Hirnströme sind in der Regel relativ regelmäßige, ruhige Wellen und bei einem Grommalanfall ist das einfach nur noch ein völlig chaotisches Chaosmuster und das führt natürlich eben dazu, dass jegliche höhere Hirnfähigkeit ausgeschaltet wird und man also maximal krampft und die Muskeln nicht mehr unter Kontrolle hat. Es wird berichtet zu allen psychischen Erkrankungen, dass als sich so langsam abzeichnet, dass sie ja in dieser Art sehr, sehr, sehr strenge Selbstkasteiung und das im religiösen Kontext hineingeraten würde, sie sich nicht mehr selbst erlaubt hat, sich warm zu halten, also warme Sachen anzuziehen, dass sie immer gefroren hat. Es ist dann später auch noch eine Tuberkulose dazu gekommen und deswegen war sie auch in einer Klinik in Behandlungszeit. Genau, eine Lungenentzündung trat mit auf, eine Rippenfellentzündung, also sie war gesundheitlich durchaus angeschlagen. Man hat heute nochmal sich die verschiedenen Diagnosen, sie war bei vielen Ärzten, die Eltern haben sie zu vielen Ärzten gebracht, sich nochmal angeschaut und man vermutet heute natürlich, dass neben der Epilepsie, man hat keine hirnorganische Veränderung feststellen können letztendlich, zumindest nicht eindeutig, das heißt also, dass irgendwie eine Anomalie im Hirn vorgelegen hat, lässt sich nicht bestätigen, aber man vermutet eben verschiedene schwere psychische Störungen dazu, zum Beispiel eine Magersucht, die man wohl erlebt hat und wir haben es vorhin schon geschildert, also verschiedene psychotische Dinge, die sie belastet haben. Sie hat selber berichtet, sie würde verfolgt werden vom Teufel, sie hat Stimmen und Geräusche gehört und hat das dann eben darauf gedeutet, dass sie vom Teufel verfolgt wird. Sie ist in einem sehr religiösen Kontext aufgewachsen. Vor allem die Mutter soll wohl sehr streng, streng religiös und auch sonst sehr streng gewesen sein, wäre ihr aber dann endgültig, was so diese Exorzismusgeschichte denn gar ausgemacht hat, das war nicht die Mutter, wie man etwa vermuten würde, sondern eine Bekannte der Familie, eine Dame aus dem Dorf, eine gewisse Frau Hain, die dort für die Gemeinde die Wallfahrten organisierte. Und die hat sie dann sozusagen ja, also später entdeckt sozusagen, hat dann gesagt, mit dem Mädchen ist was falsch, ich würde ja sagen, sie ist besessen. Das erste Mal will sie das, Andeutung davon entdeckt haben, eben auf einer Wallfahrt, wo dann Anneliese Michel angeblich nicht mehr das Segenswasser trinken konnte, sondern das Glas immer wegstoßen musste, das war wohl so Zeichen Nummer eins. Das entscheidende Erlebnis war für Anneliese Michel dann, dass sie eine Marienvision hatte, erzählt sie es, also sie war selber sehr religiös geprägt und Maria, die Gottesmutter, hat ihr dann mitgeteilt, dass sie für die Sünden der jungen Generation leiden müsse. Da war, glaube ich, so die dramatische Umdeutung der Erkrankung für Anneliese Michel gefunden. Sie hatte durchaus auch suizidale Absichten gehabt, so berichten es Personen aus ihrem Umfeld, die sie natürlich aufgrund ihres starken Glaubens niemals ausleben konnte. Also Selbstmord stand nicht zur Debatte, im katholischen Glauben geht das halt nicht. Und somit war dann irgendwann klar, ich muss leiden, weil ich der jungen Frau Maria sozusagen den Auftrag der jungen Frau Maria folgen muss. Es gab dann eben dann die Diagnose letztendlich, dass sie besessen sei und man hat dann begonnen, sie zu exorzieren. Die Zahlen schwanken zwischen Mitte 50 bis 62 Exorzismen, die durchgeführt worden sind an ihr über einen längeren Zeitraum. Ja, das ging vom Ende des Jahres 75 bis zum Frühsommer 76. Man muss da auch sagen, sie hat bis kurz vor Ende tatsächlich auch Medikamente genommen gegen die epileptischen Anfälle. Es gibt Stimmen, die sagen, dass dieses Einnehmen der epilepsie mindernden Medikamente dazu geführt hat, dass die Krankheit sich eine andere Ausdrucksform gesucht hat. Also hat der Gerichtsgutachter festgestellt, nämlich eine paranoide Psychose, was dann also sozusagen die Sache noch schlimmer gekommen ist. Und was natürlich dann durch die Exorzismen, die durchgeführt worden sind, passiert ist, natürlich, du hast es schon geschildert, die Suggestion, dass sie besessen sei. An dieser Stelle übrigens auch ganz spannend, sie ist nicht nur vom Teufel besessen gewesen, sondern hatte verschiedene Dämonen. Auch damit scheint die katholische Kirche kein Problem zu haben. Unter anderem unseren guten Adolf. Adolf Hitler und auch Nero soll sie besessen haben. Das sind also offensichtlich in der exorzistischen Lehre auch Dämonen, die jemanden besitzen können. Also was ich frappierend fand und erschreckend in diesem Zusammenhang war eine Situation, wo der Pfarrer Renz, der wohl unter anderem, es waren also etliche Exorzisten beteiligt an dieser ganzen Geschichte, da soll ein regelrechter Tourismus stattgefunden haben, die Bänder kommentiert, die er selber aufgenommen hat teilweise und die er übrigens auch mal so zur Abschreckung seiner Gemeinde vorgespielt hat. Also über 50 Tonbandaufnahmen, genau. Also wer das unbedingt möchte, kann sich das bei YouTube anhören. Wir wollen das hier in dieser Sendung auf jeden Fall nicht vorspielen. Frappierend eben nur, dass er ja mit einem mehr oder weniger seligen Lächeln irgendwie diese Bänder kommentiert, super stolz drauf ist, was er da nun irgendwie rausgeholt hat an Informationen. Für ihn der Beweis. Für ihn der Beweis, dass es tatsächlich den Teufel, dass es Dämonen und Besessenheit gibt. Und er dann sagt, ja hören Sie doch nur die Stimme. Also sie hat dann tatsächlich mit einer sehr rauen, tiefen Stimme gesprochen während dieser Rituale. Sie können doch nicht im Ernst behaupten, dass diese Stimme einem Mädchen gehört und erhält das natürlich diese Veränderung in der Stimmlage für den absoluten Beweis, dass da jemand anders aus ihr gesprochen hat. Wenn man sich anhört, was sie gesagt hat, dann, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht. Mich hat das auf jeden Fall gewundert. Also da kommen nicht so die üblichen Floskeln, die man erwartet, aber vor allen Dingen auch so aus der Exorzist, so nach dem Motto irgendwie, ich will es jetzt nicht zitieren, aber ihr wisst alle, was ich meine. Sondern sie hat im Gegenteil der katholischen Kirche, ja mehr oder minder Tipps gegeben. Also sie hat dann gesagt, ich soll was ausrichten von dem da und damit war dann von dem Nazarener und damit war dann natürlich der Heiland gemeint. Und hat dann gesagt, ja ihr müsst irgendwie strenger werden. Reformen sind nicht gut, die Reformen sind des Teufels, das spielt nur mir, dem Teufel in die Hände, sondern irgendwie eure Priester müssen besser ausgebildet werden. Wie gesagt, ihr lockert das Ganze nicht, sondern ihr müsst das wieder auf die alte Ebene heben. Dann das Abendmahl, das nicht mehr vom Priester eben gegeben wird, sondern wo man sich selbst dann eben die Oblate nimmt. Das ist ganz schlecht, das ist furchtbar, das ist Teufelswerk. Also so hat sie quasi eine Anleitung gegeben, wie man die ganzen Reformen, die im Gange waren, wieder zurücknehmen kann. Und da merkt man natürlich auch wieder die Suggestion, das war natürlich Wasser auf die Mühlen der anwesenden erzkonservativen Priester, die sich dann wirklich nur bestätigt gesehen haben, sich wieder back to the roots zu begeben. Also im Rahmen dieser Exorzismen war es eben so, dass Anneliese Michelt sich selber schwere Verletzungen zugefügt hat. Sie hat den Kopf gegen Wände geschlagen, sie hat sich selber geboxt. Es gab wohl Situationen, wo sie mehrere hundert Kniebeugen durchgeführt hat, die dazu geführt haben, dass Kniegelenke geschädigt waren, blau angelaufen waren. Also ein sehr, sehr dramatischer Fall und sie verstarb dann am 1. Juli 1976 formal gesehen an Unternährung, da sie dann irgendwann auch die Nahrungsaufnahme eingestellt hat. Der Dämon, in Anführungszeichen sprach, dann sagt sie, ich brauche nichts fressen. Und ja, weder Nahrung noch Getränke hat sie dann zu sich genommen und ist dann letztendlich im eigenen Elternhaus, das muss man an der Stelle auch nochmal in dieser Form sagen, verhungert. Es gibt noch eine andere Deutung, was es gewesen sein kann. Es gibt eine Kulturanthropologin, eine Deutsch-Amerikanerin, das möchte ich kurz schildern, Felicitas D. Goodman, die eine Theorie aufgebaut hat, dass eines religiösen Ausnahmezustandes bedürfe, um sozusagen diesen Besessenheitszustand, die psychische Erkrankung, könnte durch so einen religiösen Ausnahmezustand ausgehebelt werden. So hat sie das beschrieben. Was heißt in dem Fall ausgehebelt? Ja, also wenn du psychisch erkrankt bist, hat das ja mit hirnorganischen Problemen zu tun. Und sie sagt, dass letztendlich durch einen religiösen Ausnahmezustand das Lustzentrum und auch das Bestrafungszentrum im Gehirn, also sagen wir mal so, also das Lustzentrum wird dann aktiviert durch einen religiösen Ausnahmezustand. Also so eine Art religiöse Ekstase, oder? Ja, genau. Und die ist dann in der Lage, psychische Erkrankungen so zu heilen, dass sozusagen diese Besessenheit aufhört. Ansonsten geht es auf das Strafzentrum, wenn man das Lustzentrum nicht nutzen kann. Und sie stellt die These auf, dass durch die Medikamente, die Anneliese Michels genommen hat, genau dieser Zustand nicht erreicht werden konnte, weil eben das falsche Zentrum, das Lustzentrum blockiert gewesen ist und somit dann das immer in das Strafzentrum umgedeutet worden ist. Das heißt, Sie meinen, sie hätte überhaupt nicht medikamentös behandelt werden sollen, sondern nur durch Exorzismus? Mhm. Oh, okay. Ja, und sie sagt dann auch, dass sie dann also durch eine Schädigung der roten Blutkörperchen verstorben sei. Also eine etwas merkwürdige Theorie, die ich aber auch mal nennen will. Was ich an diesem Fall ganz, ganz dramatisch finde und das möchte ich auch nochmal sagen, ich habe mir ja, also es gibt ja, und Sie können mir auch nochmal verlinken, auch eine recht gelungene Dokumentation der ARD über diesen Fall an, Wiese Michel. Und ich habe natürlich viele Dinge auch im Netz nochmal gelesen und es gibt auch eine Stellungnahme der katholischen Kirche, da relativ neu nochmal zu diesem Fall, wo es dann, wo eben gesagt wird, naja, was wäre denn die Alternative gewesen? Die war ja bei zig Ärzten, niemand konnte ihr helfen, zumindest hat die katholische Kirche etwas getan. Und sie ist ja dann letztendlich, und das finde ich auch sehr dramatisch, diese religiöse Verbrämung ihres Todes, der, es wird ja nun gesagt, es war eben die Jungfrau Maria und sie hat das ja, dieses Joch an sich genommen und ist dann eben für die Jugend gestorben. So wird es ja verbrämt inzwischen. Was ich ganz dramatisch finde. Also es ist jetzt auch nicht so, vielleicht sollten wir das der Vollständigkeit nochmal sagen, dass man sie gezwungen hat, sich diesem Ritual zu unterwerfen. Und das erfährt man ganz oft, also diejenigen, die da exorziert werden sollen, die begeben sich da freiwillig in diese Behandlung mitunter. Wie freiwillig so eine Entscheidung, wenn man in einem solchen Kontext mittendrin steckt, wirklich ist, das sei natürlich dahingestellt. Also was mich dabei so betroffen hat, ist die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, nachdem ich dann also mich mit dem Fall beschäftigt habe, was hätte denn überhaupt helfen können. Und da muss ich tatsächlich sagen, ich bin da auch nicht so weit, dass ich sagen könnte, es hätte irgendetwas gegeben, was dieser so schwer kranken jungen Frau hätte helfen können. Außer vermutlich extrem starke Psychopharmaka, im Zweifelsfall auch ein stationärer Aufenthalt, der vielleicht dazu geführt hätte, dass sie noch am Leben ist. Aber vielleicht wäre sie dann wenigstens nicht irgendwie monatelang gequält worden. Das wäre die, das ist natürlich die Frage, aber das ist natürlich bei so schweren Erkrankungen, wo man dann natürlich auch relativ starke Psychopharmaka nehmen muss, da kann man sich darüber unterhalten. Was ich nicht gelten lasse, ist das Argument in der Stellungnahme der katholischen Kirche, wo dann gesagt wird, naja, sie wäre mit Elektrotherapie behandelt worden. Das ist immer so ein Schreckgespenst, was auch tatsächlich im Fall Anneliese Michel dadurch dagegen gegeistert ist. Und da muss man sagen, der Film Einerflug über das Kugungsnest hat der Elektrotherapie einen Bärendienst erwiesen. Und jetzt werden wahrscheinlich viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Ja, das brauchst du nur zu erwähnen, dann kommen schon alle möglichen Horrorszenarien. Es ist aber tatsächlich so, dass es glücklicherweise offensichtlich neue Studien dazu gibt. Und zwar muss man jetzt aber auch dann nochmal sagen, was bedeutet Elektrotherapie bei schweren psychischen Erkrankungen. Das bedeutet, dass ein Patient in Narkose versetzt wird. Also niemand ist da bei freiem, bei wachem Bewusstsein. Und es werden über Elektroden dann tatsächlich dem Gehirn Stromschläge zugeführt. Und es gibt verschiedene psychische Erkrankungen, und das ist das Dramatische, aber das ist nicht viel anders als bei Psychopharmaka übrigens, die eine starke Verbesserung ihres Leidens berichten nach diesen Behandlungen. Das heißt, es wird also unter sehr starker medizinischer Kontrolle durchgeführt. Da leidet niemand, weil man eben narkotisiert ist. Aber Psychosen oder auch sehr, sehr schwere Depressionen werden besser. Und werden auch besser ohne Medikamente. Und es ist nicht so, wie es im Film einer Flug über das Kugelses gezeigt wird, dass da irgendwelche quasi elektrischen Stühle vorbereitet werden, auf die dann Patienten bei wachem Bewusstsein gesetzt werden, um ihnen schwere Stromschläge zuzuführen. Weil das könnte wahrscheinlich auch mehr kaputt machen, als es das heile macht. Also das nochmal zur Elektrotherapie. Das klingt ganz, ganz furchtbar, aber es gibt immer mehr Untersuchungsreihen, die belegen, dass es durchaus einen sehr positiven therapeutischen Effekt hat. Und gut, man muss da tatsächlich, das ist die Frage, die die katholische Kirche ja auch stellt in ihrer Stellungnahme, sagen, was ist die Alternative? Was mich tatsächlich wirklich an dem Fall auch so betroffen gemacht hat, ist eben die Tatsache, dass jemand so unfassbar schwer psychisch erkrankt ist und mit dieser religiösen Verbrämung und Umdeutung in diese, ja auch wenn sie denn auch selbst gewählt ist, Folterkammer letztendlich gekommen ist. Man muss ja da auch tatsächlich die Frage stellen, ob da jemand, der so schwer psychisch erkrankt inzwischen ist, überhaupt noch in der Lage ist, für sich selber Entscheidungen zu treffen. Da kommt man also in die Debatte über den Schutz der eigenen Persönlichkeit und vielleicht über Vorbundschaft in diese Dinge rein. Das hat es alles nicht gegeben und sie ist eben verstorben. Und es hat vor allen Dingen auch kein Umdenken gegeben. Also es ist nicht etwa so, dass die Kirche und erst recht nicht die beteiligten Personen hinterher gesagt hätten, da haben wir einen grauenvollen Fehler begangen. Nein, es ist, also die, die, wenn man die Personen befragt, sind sie weiterhin der Meinung, erst recht diese, diese Frau Hain, die war besessen, da war der Teufel im Spiel. Es gibt den Teufel, ganz klarer Fall. Und wir haben nur versucht irgendwie dem armen Mädchen zu helfen. Es hat dann hinterher 1978 ein Gerichtsverfahren gegeben und die Beteiligten sind tatsächlich angeklagt worden wegen fahrlässiger Tötung durch Unterlassung. Da hat es auch eine Haftstrafe gegeben, die ist dann zur Bewährung ausgesetzt worden. Und was ich, was auch jetzt eben für dieses Nicht-aus-den-fehlern-lernen spricht, ist, dass 1978 ebenfalls eben in diesem Jahr hatte eine Nonne eine Vision, dass der Leichnam der Anneliese Michel nun unverwäst im Grabe läge und sie eine Heilige sei und es sei ein Wunder und tralala. Und nur auf diese Vision hin hat man dann tatsächlich den Leichnam exhumiert. Es ist nie wirklich ans Licht gekommen, was die Beteiligten, also die wirklich anwesend gewesen sind, da gesehen haben. Eine adäquat verwäste Leiche. Sicherlich, also einer der Bestatter hat natürlich dann hinterher ausgesagt, naja, ich habe gesehen, was ich eben in solchen Fällen sehe im Sarg. Dadurch, dass man aber weder die Familie noch eben diese ganzen religiösen Pilger da irgendwie dazugelassen hat, ist halt natürlich diese Mär vom Wunder und vom unverwästen Leichnam nicht tot zu kriegen. Und es gibt dann auch ein Foto, was den unversehrten Umriss von Anneliese Michel zu deinen Topfelsstrahlen... Völliger Schwachsinn und ein Teufel... Also es ist natürlich Erde, die irgendwie auf dem Sarg ist irgendwie und das wird dann so umgedeutet, das sei also der Leichnam, der da durchschimmert. Ja, also man lernt nicht daraus. Und vielleicht gegen Ende des Themas nochmal die Erwähnung eines gewissen Herrn, der auch heute noch den Exorzismus voll im Griff hat und im Namen der katholischen Kirche umherzieht und ungefähr 70.000 Exorzismen sein eigen nennt. Und ich spreche von Don Gabriele Amort, sozusagen seines Zeichens Chefexorzist. Ja. Und der gute Mann ist also durchaus publicitygeil. Der gibt im Prinzip jedes Interview, was er nur irgendwie geben kann, obwohl er schon in den 80ern sich befindet jetzt, altersmäßig. Und der sagt, Exorzismus ist toll, Exorzismus ist wichtig, da wird viel zu wenig drüber gesprochen. Und erst recht in so Zeiten von so schrecklichen Dingen wie Harry Potter, wo die Kinder zum Okkultismus verleitet werden und zum Teufelswerk, müsste man da eigentlich noch viel stärker dagegen vorgehen. Und ich mache weiter, bis ich ihn nicht mehr kann. Was wir an dieser Stelle auch nochmal vielleicht sagen können, ich will gleich noch ganz kurz was anderes sagen, aber das ist mir ganz, ganz wichtig. Das klingt jetzt ja alles so, als ob wir einen persönlichen Feld zugehend in die katholische Kirche haben. Das mag sein und mag nicht sein, das mag ich bestätigen oder nicht bestätigen. Was viel spannender dabei ist, die Tatsache, dass die katholische Kirche in ihrer Führung und du hast gerade den Herrn Amort genannt, aber auch der Papstvertrette natürlich die These ganz klar von der Existenz des Teufels ausgeht. Und man kann nur an die Bibel, an die Lehre Gottes glauben, wenn man auch an den Teufel glaubt. Denn das eine beinhaltet das andere. Oder anders ausgedrückt, natürlich kann man jetzt sagen, naja, ich bin auch gläubig, das ist auch in Ordnung, wenn jemand das von sich selber behauptet. Er muss sich nur dessen bewusst sein, dass er implizit diese Lehre mitträgt. Eine Kirche, die weiterhin fröhlich Exorzisten ausbildet. Und die noch sagt, es müssten eigentlich noch viel mehr Exorzisten ausgewählt werden. Und ich möchte an der Stelle vielleicht mal Holger Klein zitieren. Einen Satz, der mir bei der Recherche dieser Dinge sehr, sehr oft durch den Kopf geschossen ist. Denn Holger pflegt ja immer zu sagen, wer bereit ist, an einen Scheiß zu glauben, der ist auch grundsätzlich bereit, an jeden anderen Scheiß zu glauben. Und gerade was dieses Thema Gott und Teufel angeht, passt das sehr, sehr gut. Und man darf das auch nicht unterschätzen. Also die Existenz des Teufels, es gibt einfach sehr, sehr viele Gläubige, nicht Gläubige, sondern Priester, die tatsächlich auch von der Existenz des Teufels ausgehen. Von so einem archaischen Bild, dass es irgendwen gibt, der uns verführen möchte. und dazu verleitet, Böses zu tun. Und sehr schön ist, ich habe eine Doku gesehen, das fand ich ganz klasse, von jemandem, der die Seite exorcismus.net betreibt, die übrigens auch zu kreuz.net gehört. Nee, kat.net. Ach, kat.net, Entschuldigung. Ja, oh, das wäre jetzt, ja. Oh ja, gut, dass du es nochmal sagst. Kat.net. Trotzdem finde ich auch exorcismus.net auch schon sehr bedenklich. Ja, kat.net auch. Der macht also Unterrichte dementsprechend. Es gibt einen Ausschnitt aus dem Schulunterricht, wo dann ein Schüler zu ihm sagt, zu diesem jungen Kaplan, was er nicht verstehen würde, wäre, warum Gott so inaktiv ist. Denn der Teufel würde dem Schüler, so sagt er, erst dann vorkommen, wie ein Vertreter, wie so ein Staubsaugervertreter, der sich die Mühe macht, zu jedem vorbeizukommen und zu klingeln und zumindest mal seine Dienstleistung anzubieten, während Gott das nicht tut. Es wird die Antwort des Kaplans leider nicht gezeigt, ich hätte das sehr spannend gefunden zu hören, wie er darauf antwortet. Aber das ist natürlich so. So wird es ja in der katholischen Kirche dargestellt. Der Teufel ist immer und überall. Wie die EHV schon singt. Genau. Aber das finde ich also auch nochmal ganz spannend. Und dieser junge Kaplan, der exorzismus.net betreibt, sagt dann auch in dieser Dokumentation, die ich auch verlinken werde, ganz klar, er findet die Esoterik ganz, ganz gefährlich. Weil also die würde eben die Menschen dahin treiben zum Dämonen- und Geisterglauben. Und deswegen sei es eben so wichtig, den Exorzismus zu haben, der dann in der Lage ist, den Teufel auszutragen. Also wir sollten, damit es jetzt nicht hinterher heißt, tatsächlich, was du sagtest, wir führen einen Feldzug gegen die katholische Kirche. Punkt eins. Nicht jeder Exorzismus hat so dramatische Folgen, wie der von Anneliese Michel, obwohl es wirklich ein heikles und dem Missbrauch zugeneigtes Thema ist. Und ich möchte nicht einmal bestreiten, dass die Priester in der Regel sogar der Meinung sind, den Menschen helfen zu wollen. Das ist tatsächlich so. Sie sind halt nur verbrennt. Das Problem ist nur, sie gehen von einer falschen Grundannahme aus. Also wenn du ein ganzes Ritual, Gedanken und Weltbild darauf aufbaust, dass es den Teufel gibt, der rumzieht und seinen dämonischen Herrschern und die Leute verleitet und dass er in die Menschen einfahren kann, dann, ja, hast du ein Problem. Was wir vielleicht noch kurz sagen können, ist, dass das Werk von 1614, was den großen Exorzismus beschreibt, ja jetzt überarbeitet worden ist. Also tatsächlich hat man sich in der katholischen Kirche auch nach dem Fall Anneliese mit jetzt die Mühe gemacht, sich das nochmal anzuschauen. Es ist dann tatsächlich so, dass 1999 eine neue Fassung erschienen ist. Aber unser lieber Don Gabriele hat relativ schnell dafür gesorgt, in manchen Fällen, nicht in allen, da rühmt sich dann natürlich die Kirche total genau hinzugucken, dann doch wieder das alte Ritual anwenden kann. Denn die Besonderheit an dem Ritual von 1999 an der Beschreibung ist eben, dass man nicht mehr den Dämon oder den Teufel in der Person anspricht, sondern beim Exorzismus Gott anspricht, dafür zu sorgen, dass dieser böse Geist ausfährt aus dem Menschen. Und das ist eben was anderes. Das soll der Suggestion vorbeugen. Natürlich mag das vielleicht nicht so gut funktionieren und deswegen sagt der Herr Amort, legt man einen Zettel rein, dass das auch nach dem alten System noch funktioniert. Wir werden eine Doku verlinken, die wir jetzt gar nicht mehr aufgrund der fehlenden Zeit großartig ansprechen konnten. Es gibt noch ein ganz anderes Problem mit den evangelikalen Sekten in Großbritannien, die verbreitet sind, vor allen Dingen unter der dortigen afrikanischen Bevölkerung, wo sich die Naturreligion auf eine sehr, sehr ungesunde Weise mit dem Christentum vermengt hat und dazu führt, dass im Namen dieser evangelikalen Kirchen, die übrigens vor allen Dingen im Kongo wirklich zu Hunderten wie Pilze aus dem Boden sprießen, sowohl in London als auch im Kongo vor allem Kinder exorziert werden. Also wo das Böse wirklich sich Kinder sucht als Wirt und dann die Kinder von ihren Familien verstoßen werden oder sich grausamen Praktiken unterziehen müssen, wie etwa die Augen irgendwie mit Chilischotenpaste eingerieben zu bekommen und derlei grauenvolle Dinge mehr. Das können wir jetzt leider nicht mehr. Es ist ein schreckliches Problem, das aber auch schon ins Bewusstsein der Behörden gerückt ist natürlich. Da geht es einfach schlicht und ergreifend um religiös verbrämmten Kindesmissbrauch. Dagegen wird angegangen und die Doku werden wir verlinken. Ja, ganz kurz noch, weil jetzt gesagt wird, naja, das war alles in den 70er Jahren. Es gab 2005 nochmal einen Fall in Rumänien, den Fall der Maricica Koniki. Ich hoffe, ich kann den Namen spreche ich richtig aus. Und da war es eben so, dass es eine Nonne war, die an Schizophrenie litt. Und da war es eben so, dass sie trotz der Diagnose nochmal das Krankenhaus verlassen worden ist. Man wollte sie exorzieren, hat sie gefesselt und an ein Kreuz gekettet und geknebelt, um auch zu verhindern, dass der Geist sich äußert. Und sie hat auch wieder zu essen noch zu trinken bekommen und wurde auch geschlagen, regelmäßigen Abständen. Und wurde am 15. Juni 2005 dann in so schlechten Zustand ins Krankenhaus eingeliefert, dass man also im Rentungswagen kommen musste und sich verstarb auf dem Weg ins Krankenhaus. Und vielleicht nochmal eine Zahl. Es gibt seit den Jahren, das ist auch ein Bericht, den wir verlinken werden, einen Artikel, seit den Jahren 1999, 2000 im Erzbistum Paderborn 18 ernstzunehmende Anfragen gegeben von Menschen, die glaubten, vom Teufel besessen zu sein. Also ob dann alle diese Fälle auch wirklich einen Exorzismus nach sich gezogen haben, weiß man nicht. Aber zumindest ist das Thema Besessenheit doch in Reihen der Gläubigen durchaus noch aktuell. Ja, ein sehr, sehr schwieriges Thema, über das man immer lachen kann und kann sagen, das sind schizophrene Leute und dann die Kirche kriegt das nicht gebacken. Die Kirche rühmt sich, das wollen wir auch nochmal sagen, immer nur dann in den Exorzismus einzutreten, wenn eine psychische Krankheit ausgeschlossen werden kann. Aber das ist eben so, dass es auch Priester gibt, die relativ offen vor der Kamera sagen, naja, wir kriegen dann auch mal einen Anruf Anruf aus der Psychiatrie, wir haben jemanden austherapiert, da tut sie nichts mehr, vielleicht könnt ihr nochmal was machen. Aber ich bitte Sie, nicht meinen Namen als Arzt zu nennen. Vor allem die Alternative zu einer psychischen Erkrankung ist entweder der seltene Fall, dass es da vielleicht wirklich mal eine Person gibt, die partout irgendwie Aufmerksamkeit haben will und deshalb irgendwie diese Symptome zu glauben zeigt oder das eben zumindest vermeint. oder eben etwas, das es nicht gibt, nämlich dämonische Besessenheit. Also man muss da eben auf den einzelnen Fall gucken und da hängt es vielleicht auf eine Qualität des Arztes ab, der sich vielleicht auch mal irren kann. Und vielleicht gibt es auch tatsächlich Menschen, die so schwer psychisch krank sind, dass man ihnen nicht wirklich gut helfen kann. Auch so ehrlich sollte man sein, zu sagen, die moderne Medizin ist nicht in der Lage, alles zu tun. Aber ich bringe das Zitat mal, wo jemand dann auch sagte, irgendwie, ja hier scheiße, pharmazeutische Industrie, mein Vater ist an Krebs gestorben. Was habt ihr getan? Man könnte genauso gut sagen, es gibt tausende von Menschen, die trotz Krebserkrankungen heute noch leben. Also man kann vielleicht auch nicht jedem Menschen helfen. Das ist nun mal leider auch so. Jetzt haben wir euch wahrscheinlich adäquat nach unten gezogen, haben das Thema hoffentlich mit deutlich weniger Polemik angegangen, als ihr das vielleicht von uns erwartet habt. Aber es ist einfach ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und gehört auch leider nicht zu den Themen, die man irgendwie mit einer gewissen Leichtigkeit und Lustigkeit angehen kann, finde ich. Aber wir haben es durchgegangen, wir hängen eine Reihe von Quellen ins Forum, da könnt ihr dann nochmal nachschauen, nachlesen und ja. Ja, lass uns. Damit haben wir das Thema Exorzismus so behandelt, wie das Ruxilla behandeln möchte, haben das gesagt, was wir sagen möchten und hoffen, dass wir euch da so ein bisschen auch mal einen anderen Fokus draufgegeben haben auf das Thema, den man vielleicht so sonst nicht bekommt. Nächster Punkt. Dann lösen wir jetzt die nicht so schöne Story der Woche auf, die du ja eingangs erzählt hast. Die Auflösung. Ja, können Delinquenten in den USA bei einem ja, nicht funktioniert haben, dann Exekutionsversuch tatsächlich dann als freie Menschen gehen? Also leider ist das nicht der Fall. Das ist eine Geschichte, die immer wieder durch die Gegend geistert. Ja, die hängt natürlich damit zusammen, dass es in den USA tatsächlich diese Double-Jeopardy- Prohibition gibt. Das heißt, das ist die Klausel, dass du für dasselbe Verbrechen nicht zweimal vor Gericht gestellt werden kannst. Das hat natürlich nichts damit zu tun, dass die Exekution nicht unter Umständen sollte es dann mal nicht funktioniert haben, zweimal stattfinden kann. Leider, leider ist es nicht so. Ich bin, ja, das ist ein anderes Thema absolut gegen die Todesstrafe, aber die USA haben die Todesstrafe, sie führen sie durch und leider ist es tatsächlich auch so, wenn ein Versuch nicht klappt, dann gibt es den nächsten. So, jetzt haben wir euch, glaube ich, endgültig den Abend verdorben. Ja, das ist irgendwie eine sehr düstere Sendung heute. Vielleicht können wir zum Ausgang der Sendung noch ein bisschen was anderes noch erzählen, was vielleicht ein bisschen angenehmer ist. Zu einem ist das Skeptoskop erschienen am 1. November mit Ingrid Koch. Ingrid Koch ist freischaffende Künstlerin, geht munter auf die 80 Jahre zu und ist sicherlich mal eine andere Form von Skeptikerin, die ich da vorgestellt habe in einem sehr, sehr schönen Interview mit Kaffee und Wässerchen bei ihr zu Hause. Das solltet ihr euch auf alle Fälle anhören. Alexa hat mal wieder Poe gelesen, eine sehr gruselige Geschichte, lebendig begraben bei dem Blackstreet Stories. Wir sind so morbid und makaber. Im Moment. Wir müssen mal wieder irgendwelche fliegenden untertassen oder so. Das liegt an der Winterdepression. Genau. Was aber vielleicht ganz positiv ist und was man berichten kann, ist, dass wir nächste Woche keine Folge am Sonntag haben werden. Nein, wir haben das ja schon angedeutet. Am Samstag haben wir Besuch von den Wikigeks aus Göttingen und wir werden Samstagabend mit den beiden Wikigeks zusammen eine Live-Sendung machen, die ab 4.00 nach 8.00 auf dem Möp dann gestreamt wird. Und da wird das, glaube ich, eine ganz lustige Geschichte, diese Episode. Da sind wir auch mal sehr gespannt auf diesen Crossover. Insofern Samstagabend ganz viel von uns. Dafür haben wir dann am Sonntag mal frei. Das kann man nochmal berichten. Wir werden dann am Sonntag, dem 11.11. Das ist auch sehr schön, was mein Karnevalskommentar und für Reaktionen nach sich gezogen hat. Im Süden heißt es Fasching. Das war mir schon auch bewusst. Darauf wurde ich aber nochmal hingewiesen. Also am 11.11. werden wir um 11 Uhr branchen. Wer da kommen möchte, soll kommen. Wir werden spätestens Dienstag auf unserer Homepage ankündigen, wo wir branchen. Und dann kommentiert da bitte ein Plus Eins, weil wir dann einen Tisch reservieren werden, dass ihr da auch hinkommen könnt. Also spätestens am Dienstag findet ihr auf Huxilla.de oder Huxilla.com genaue Angaben zum Ort des Branches, weil wir wollen nochmal gucken, dass es nicht ganz so teuer ist, aber trotzdem nett ist. Da sind wir gerade noch ein bisschen am recherchieren. Und dann könnt ihr mit uns und den Wikigix und ich glaube so ein paar andere Leute haben sie auch schon angekündigt, zusammen schön frühstücken. Und ich glaube, das wird eine ganz lustige Aktion, um vielleicht auch diesen Winterblues mal davon zu schieben. Haben wir sonst noch was zu berichten? Haben wir sonst noch was zu vergessen? Wahrscheinlich schon. Ach ja, unsere Moderatoren-Suche. Wir suchen ja noch einen Moderator für unser Forum, was ja unfassbar groß geworden ist, aber im Moment so ein bisschen wenig mit Leben gefüllt ist, weil wir aber auch ganz wenig Zeit haben. Wir haben oft nur Zeit, wenn überhaupt, drüber zu lesen, kommen selber gar nicht mehr zu kommentieren. Und wir suchen also jemanden, der sich als Moderator noch gefühlt, der sagt, da hätte ich Lust und Zeit für mich darum zu kümmern. Das ist nicht wenig Arbeit, das ist sicherlich mit einem gewissen Zeitkontingent pro Tag abzuleisten. Abends eine halbe Stunde sollte man sich dann schon auch Zeit nehmen, um da mal durchzugucken. Was uns besonders helfen würde, wäre, wenn Themenvorschläge an uns nochmal herangetragen werden, wenn alte Musikvideos, die noch verlinkt sind oder Videolinks, die nicht funktionieren, mal behoben und repariert werden würden. Da gibt es sicherlich einige von, also all solche Dinge. Wir haben einige Antworten schon bekommen auf unsere Anfrage. Wir werden uns an die betreffenden Personen auch wenden. Wir würden aber gerne noch eine Woche abwarten. Und wer also Interesse hat, mit uns zusammen im Hoxler-Team als Moderator im Forum tätig zu werden, der soll das tun, wenn er das denn möchte. Und zwar erst mal uns eine Mail schicken an info-at-hoxler.de und dann werden wir mal das besprechen, wie das geht. Finanziell kann man da keine Vergütung natürlich versprechen. Das haben wir selber ja alles nicht, aber da gibt es sicherlich Mittel und Wege, dass es irgendwann mal außer Ruhm und Ehre vielleicht auch noch irgendwas für unsere Moderatoren gibt. Da lassen wir uns dann auch was einfallen. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir mal diese Sendung, die glaube ich relativ lang geworden ist. und würde sagen, wir hören euch nächste Woche Samstag dann in dem Fall live wieder, zusammen mit dem WickeX einer Crossover-Folge, von der wir nach wie vor keine Ahnung haben, was es gehen soll. Ich hoffe, das werden wir da irgendwann erfahren. Und wünschen euch bis dahin eine gute Zeit. Lasst uns auch den Kopf nicht so hängen mit unserer Folge heute und wünschen euch alles Gute und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info.huxilla.de und wenn ihr mögt, dann bewertet uns doch bei iTunes oder einer der anderen Podcast-Seiten, die uns führen. Huxilla ist eine Rekord-Shoe-Production aus dem Jahre 2012. Rekord-Shoe-Production